Hallo meine Lieben, hier ist sie wieder, eure Sharon Vignard. Ich möchte euch etwas in eigener Sache mitteilen. Ich möchte es euch ganz ruhig und gelassen sagen. Klappt die Bürgersteige hoch, Sharon Vignard hat ihren Führerschein bestanden! Yay! Okay. Ich möchte mich bei jemandem bedanken. Ja, also nicht nur bei einer Person, sondern auch bei mir. Danke, Emero, fürs Daumendrücken und fürs gute Launemachen gestern. Danke an Choo und an Crawl, die auch Daumen gedrückt haben. Und eigentlich danke an alle, 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 die gewusst haben, dass ich heute Führerscheinprüfung mache. Und die mir die Daumen gedrückt haben und mir viel Glück und Erfolg gewünscht haben. Dankeschön! Viermals fürs Glückwünschen. Das war's auch. Ovari!